Ich denke auch etwas Stehvermögen kann man dort gut gebrauchen. Herzlichen Dank für die freundlichen Worte, herzlichen Dank für die Unterstützung. Meine Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich freue mich sehr und begrüße auch meine Parteifreundinnen und Freunde, die hier so zahlreich erschienen sind. Ich denke, am Anfang einer Ansprache zu der Eröffnung eines Wahlkampfsbüros gehört Dank. Ich darf Dank sagen all denen, die mich bis hierher heute unterstützt haben. Ich denke, wir haben eine Menge geleistet, auf verschiedenen Ebenen. Wir haben einige Dinge vorbereitet, die Sie hoffentlich zukünftig überraschen werden. Wir haben vor allen Dingen, deswegen treffen wir uns heute hier, dieses Wahlkampfbüro auf die Beine gestellt. Dir, Uli, noch mal herzlichen Dank. Und du bist sicherlich auch so nett und richtest dem Eigentümer dieses Hauses, Herrn Andres, meinen Dank aus. Herr Andres vertritt die Mettmann Stiftung und hat sowohl für den Kommunalwahlkampf als auch jetzt für den Bundestagswahlkampf bis Ende September dieses Büro zur Verfügung gestellt. Wir sind hier in exponierter Lage und können mit diesem Standort, mit diesem Büro sehr gut mit dem Wähler und dem Bürger ins Gespräch kommen. Wir haben auch schon festgestellt, wenn ich meine Unterstützer mal ansprechen darf, dass das in den letzten Tagen sehr intensiv wahrgenommen wurde und sehr intensiv genutzt wurde. Ich freue mich sehr, Hacker, dass Sie den Weg hierher zu uns gefunden haben. Wir hatten uns verabredet, einen fairen Wahlkampf, einen fairen Wettstreit uns zu liefern. Ich greife das gerne auf. Wir werden versuchen, auch in einigen Podiumsdiskussionen, wir haben einige Termine schon vereinbart, die politischen Vorstellungen auszutauschen. Sie haben andere als ich. Sie sind mir nicht böse, wenn ich sage, ich möchte diesen Wahlkreis direkt gewinnen. Da steht Ihnen im Treffen entgegen, kriege ich eine Anlage auf. Die Mehrzahl der Anwesenden wird mich sicher in diesem Bemühen nachhaltig unterstützen wollen. Trotzdem finde ich es toll, dass Sie den Weg hierher gefunden haben. Ja, meine lieben Parteifreundinnen, Parteifreund, liebe Gäste, was haben wir vor? Also nach der Eröffnung heute werden wir am nächsten Dienstag das Wahlkampfbüro in Hagenow für den Landkreis Ludwigslust eröffnen. Ich hoffe, mit ähnlichem Zuspruch. Der Landesvorsitzende ist natürlich auch dort herzlich eingeladen. Sie wissen, Ludwigslust ist im Augenblick schwer gebeutelt, was Funktionsträger der CDU angeht. Wir sind da noch mehr als in Schwerin auch auf jede Unterstützung angewiesen. Natürlich sind alle anderen auch herzlich eingeladen, auch an der Wahlkampferöffnung in Ludwigslust teilzunehmen. Was werden wir weitermachen? Sie sehen alle das Plakat mit unserem Wahlkampfslogan. Viele haben mich gefragt, ob es ein Rasenmäher ist. Ich darf Ihnen versichern, es ist kein Rasenmäher, sondern es ist ein alter Trecker. Der Herr Seidel, wenn Sie sich erinnern, schon mal dem, was aus meiner Sicht zu entsprechender Berühmtheit gekommen ist und uns, ich denke, auch Glück gebracht hat. Deswegen haben wir ihn auch wieder aus der Scheune geholt, wenn ich das so sagen darf. Wir haben in Ihrem Landtagswahlkampf mit dem Trecker mal eine Runde beim Berliner Platz gemacht. Es gab dann die entscheidenden Bilder in der Tagesschau in der ARD. Und es hat dann dazu geführt, dass wir heute da stehen, wo wir stehen. Und daher denke ich, seid ihr alle nicht böse, wenn ich sage, der Trecker ist der Talisman, den ich brauche, um auch Herrn Hacker hier zu schlagen. Ja, wenn man so einen Talisman hat, so einen Trecker hat, dann muss man sich natürlich auch Gedanken machen, wie setzt man ihn ein. Wir haben uns einen Kremser besorgt und werden gerade im ländlichen Bereich in Ludwigslust mit Trecker und Kremser alle Städte, alle Veranstaltungen, alle Dörfer besuchen. Bei der Hacker habe ich nicht ganz so viel Zeit wie Sie. Wir werden erst im September damit anfangen können, aber in der harten Wahlkampfzeit, in der Endphase, werden wir mit diesem Trecker dann versuchen, entsprechende Werbung vor Ort auch in der Fläche zu machen. Das bleibt nur um zu sagen, wir wollen heute den Wahlkampfauftakt feiern, wir wollen ein ECB trinken. Ich bin einer der wenigen, der ziemlich genau sagen kann, was die Friedmannstadt kann. Wir haben so manchmal in unserer beruflichen Tätigkeit zusammengearbeitet, wir standen sogar mal zusammen als Anwälte vor Gericht, nicht gegeneinander, sondern natürlich auf der gleichen Seite, wie sich das gehört. Was er kann, und das, glaube ich, wird ihm auch helfen, wenn er es schafft, in den Bundestag zu kommen, er kann Interessen der Region vertreten. Er ist überzeugend und er ist nicht zu verbiegen. Und das ist in der Politik, glaube ich, das können wir alle von uns sagen, das ist das Wichtigste. Dass man eine bestimmte Vorstellung von dem hat, was man erreichen will und dass man Versuchungen widerstehen kann und sich nicht verbiegen lässt. Das ist der Vorteil, wenn man, wie er, aus einem ordentlichen Beruf kommt, in die Politik geht und nicht alles machen muss, was andere von einem verlangen. Ich habe das immer gesagt, dass das ein Vorteil ist, dass man auf seinem eigenen Boden steht und nicht abhängig ist davon, dass Politik das gesamte Leben ist. Ich bin ein schlechtes Beispiel dafür, weil ich hier zu spät aufhöre, denn ich werde erst mit 70 aufhören, nämlich in zwei Jahren. Also jetzt sagt Frau Muster zu mir gleich, ich sehe aus wie 65, das ist nett. Ich wünsche dir, Dietrich, nee, ich wünsche dir nichts, sondern ich sage dir zu, dass wir dich mit aller Entschiedenheit unterstützen, weil wir brauchen solche Leute in der Berliner Politik, die genau diese Eigenschaften mitbringen. Du kommst aus der Praxis, du redest nicht über Dinge, die du von Hören und Sagen hast, sondern du redest über Dinge, von denen du etwas verstehst. Das ist ganz wichtig, dass in der Politik nichts selbstverständlich ist. Und ich wünsche uns, dass wir hinterher sagen können, wir haben alle unseren Teil dazu geleistet. Und ich sage eins, ich habe jetzt ein paar Jahre so, wenn ich zurückgucke, eine so günstige Chance, Herr Hacker, hatten wir nie. Ich habe mal gesagt, Sie sind doch so schön auf der Landesliste abgesichert, was müssen Sie sich eigentlich bemühen. Er ist auch auf der Landesliste abgesichert. Wir werden euch aber den Kampf nicht absparen können und uns auch nicht. Und das gehört dazu, dass das fair ist. Und ich bin ganz sicher, Dietrich, du musst nach Berlin, das ist deine Bestimmung, und wir werden daran wirken. Und ich bin ganz, ganz stolz, dass ich so viele von der Jungen Union heute Abend sehe, du hast ein gutes Team zusammengekriegt. Glückwunsch dazu, und wir Älteren werden genauso viel tun. Und dann gucken wir mal, ob die Jungen oder die Älteren am Ende mehr keuchen, schwitzen und miteinander feiern können. Wenn wir das miteinander geschafft haben, Dietrich, dann hast du es auch geschafft. Ich drücke dir die Daumen. 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 Ich drücke die Daumen. Ich drücke dir die Daumen. Ich drücke die Daumen.